Be You. So heißt das Fitnessprogramm auf der Europa 2, das exklusiv für das Schiff von der Dreifach-Olympiasiegerin Maria Höfel-Riesch entwickelt wurde. Auf ausgewählten Reisen ist die Sportikone persönlich an Bord, um mit den Gästen zu trainieren. Das habe ich als Leistungssportlerin selber erlebt. Es ist elementar wichtig, dass wirklich das Training auf die jeweiligen Personen abgestimmt ist. Das ist im Hobbysport genau dasselbe. Es ist nicht jede Übung für jeden gut und nicht jede Intensität ist für jeden gut. Das heißt, wir machen einen Eingangstest zu Beginn mit jeder einzelnen Person, denn das Training soll ja wirklich effektiv sein. Und jeder hat andere körperliche Voraussetzungen und auch einen anderen Fitnesszustand natürlich. Und deswegen ist es schon wichtig, sich das ein bisschen anzuschauen und dann das Trainingsprogramm dementsprechend anzupassen. Insgesamt besteht es aus einem Gemisch aus Ausdauereinheiten und Kräftigungs-Stabilisationseinheiten. Wir versuchen das so während der Reise möglichst gut in das Programm einfließen zu lassen. Maria Höfel-Riesch bietet Gruppentrainings mit maximal acht Gästen an und hat außerdem noch einen persönlichen Fitness-Check-Up im Gepäck. Also zweierlei Gründe. Natürlich wollte ich gerne Maria kennenlernen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Und das Zweite ist, dass ich was für mich tun wollte und auch gehofft habe, es gibt ein paar extra Spezial-Tipps, die ich hier abgreifen kann. Und eigentlich ist das eine wunderbare Sache, auch die Kombination mit dem Stretchen, Koordination des Körpers. Und das fand ich so gut hier, dass das so professionell gemacht ist, dass die Übungen so genau exakt sind. Und ich glaube, dann bringt es auch was. Wer viel trainiert, braucht auch die nötige Entspannung. Die bleibt zum Glück auch Maria während ihrer Zeit an Bord, um das Schiffsleben zu genießen. Ich war ganz froh, dass wir jetzt zu der späten Jahreszeit doch nochmal in die Sonne entfliehen konnten. Das ist ja jetzt auch nicht gerade eine Ecke, wo man alle Tage hinkommt. Ich habe das wirklich sehr genossen. Und es sind einfach tolle Erlebnisse, die man eben neben dieser tollen Aufgabe, die ich hier an Bord habe, natürlich erlebe ich auch viel, sehr viel von der Welt. Das genieße ich sehr. Es macht sehr viel Spaß. Auf drei Reisen 2017 ist die Sport-Ikone persönlich an Bord, um gemeinsam mit den Gästen zu trainieren. Auf allen anderen Reisen gibt es Schnupperkurse zum BU-Programm. husk husk Untertitelung des ZDF, 2020